so leute da bin ich wieder die sind ganz richtig die nach dem ist wieder angesagt und ich bin alles ich weiß nicht was ich sagen soll grad ich mag ihn nicht aber jetzt können wir wenigstens die nächste kristallkugel holen und ein paar statuen zertrümmern und ja wie lang und die kristallkugel holen hab ich doch gesagt kristallkugel gefunden jetzt schieben sie uns sogar noch die die kristallkugeln zu ich glaub sie wollen nach hause gehen und verwandeln uns lieber an ich glaub den brauchen wir sogar noch ja ein Ritter verwandeln ja blablabla so zack zack zauber zauber glänzt 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 ok du bist wieder Frieden Und die mickrigen Energiepunkte brauchen wir irgendwie nicht aufladen. Und der Weg ist falsch. Ich muss nach rechts, genau. Ich kenne ihn aus links. Und ich hoffe doch, dass ich hier richtig bin. Ähm... Ja. Ich bin richtig, okay. Oh, zwei rote Juwelen. Da habe ich noch... Ich passe nicht auf. Ich weiß echt nicht, wenn ich das geholt habe. Okay, der letzte... Abschnitt des Wolkengartens. Oh. Ich mache jetzt mal Party. Weil ich mich so freue, dass ich den Wolkenladen fertig habe. Zack. Ähm... Ey, 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 ey. Jetzt dauert es auch noch. Ey, kriege ich bestimmt noch so... Ich frage mich, die Arme auch noch. Aber so viele Gegner sind das ja gar nicht. Zack, das hat es jetzt vorgebracht. Ne, hätte ich eh noch später gekriegt. Und... Wusste ich doch, dass man nicht weitermachen soll. Aber dann kommt man nämlich wieder... Ne, 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 das Abschnitt. Das ist nicht so eine große Strafe, aber... Ich finde es einfach nur blöd jetzt. Ewig latschen zu müssen, da ich das endlich fertig kriegen will. Dieses Dungeon. Dieses Dungeon. Wo reden wir Englisch? Mit dem Dungeon. Och, Mist, ey, da komme ich doch gar nicht vorbei. Ei, 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 du wirst doch wohl draufgehen und gut. Elf Gegner. Irgendwie sind da auch mehr Gegner. Mag ich gar nicht. Die können schon wieder kotzen, wenn ich die sehe. Roten Roboter. Okay, okay, Leute, okay, Leute, das reicht, ich hab's verstanden, okay, okay. So. Ei, ich muss wohl hier durch. Komm ich nicht drum rum. Betroffen wurde ich jetzt so nicht mal. Nein, ist mir klar. So. Oh, das ist doch Mist. Nein. Nein, okay. Boah, ey, wollt ihr mich hier... Boah, die wollen mich so fertig machen hier. Oh, okay, ich heil mich nie im Portal. Ich glaub nämlich nicht, dass ich eine neue Fähigkeit bekomm. Ich kann mich nur zurückverwandeln, das bringt mir ja nix. Aber ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass ich wieder zu Will zurück werden muss, oder was? Das heißt doch wohl nicht. Ich will ja nochmal an Grund zum Kotzen. Oh, vier Gegner hier. Oh, ganz da unten. Ich hoffe, da muss ich in diesen Schattenbereich hier nicht mehr zurückgehen. Und, oh nein. Hier oben. Da weiß ich nämlich nicht. Oh, da kommt man doch gar nicht vorbei, ohne sich zu verletzen. So mies. Oh, ey, noch... Zwei Gegner. Okay, guck ich erstmal, ob ich die Gegner finde. Ähm. Ja, hier, da muss man nämlich ein bisschen Geduld haben jetzt. Na komm. So. Okay, doch nicht. Ich dachte, du musst den nur mit so Bällen kaputt machen, dieses Schwert. Das hat echt ein bisschen gedauert. Das hat mich auch echt jetzt genervt. Und... Verdammt! Doch! Okay. Nicht aufregen jetzt, echt. Nicht aufregen. Und... Nerv, nerv, nerv. Oh, zack, hier muss ich nicht mehr zurück, hoffe ich. Außer auf dem Rückweg. Vielleicht. Eventuell. Unter gewissen Umständen. Vielleicht sind die ja alle hier oben. Muss ich einfach mal einen kurzen Rundgang machen, nochmal. So, jedenfalls nochmal einer. Ähm. Wollt für gar nichts die Statue, die... ...soll mich einfach nur belästigen, glaube ich. Zwei Schatzboden. Einer wird ja wohl die Kristallkugel... Jetzt bringt's ja gar nicht die Statue, okay. Einer wird da wohl die... ...Kristallkugel drin sein. Ey. Yeah. Oh fuck, oh fuck. Ein Schwert. Komm, du bist jetzt mal schön weg von meiner Schatzruhe. Kristallkugel gefunden. Halleluja. Halleluja. Ich würde sagen, wir sind schon eigentlich... ...fertig mit diesem Dungeon. Nur noch der Boss fehlt. Der beste Teil des Dungeons. Doch dieser Boss ist echt... Ah, ich weiß echt nicht, wie ich das irgendwie formulieren soll. In aller... Ähm... Nein. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt ist der erste Balken komplett voll. Komplett voll und ich muss doch nochmal hier durch. Oh mein Gott. Und die andere Schatzruhe muss ich echt nicht öffnen, weil ich weiß nämlich wirklich... ...da ist ein Heilkräuter drin. Und so dringend brauche ich das jetzt auch nicht. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit... Oh ja, ich darf jetzt die nicht einsetzen. Ich brauche die alle noch. Aber zum größten Teil hätte ich die eh nur im... ...bem Bonus-Boss gebraucht. Weil man alle Juwelen sammelt. Der ist nämlich echt hart. Und... Oh mein Gott. Nein. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt finde ich den Weg. Genau hier oben nämlich. Nochmal ein bisschen Schaden einstecken. Und runter. Und runter. Oder hoch. Oder... Frag nicht. Und... Bäm! Fall in die Statue rein. Aua. So. Jetzt ist es offen. Mir fehlt nur ein halber Punkt. Und ich denke mal... Der wird nicht gerade entscheidend sein. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Kleinen Moment. Mal kurz.